So, ein herzlich willkommen zu Fariotids. Hänsel und Gretel. Ja, wie ihr wisst, wann wir das letzte Mal haben wir ja der Frau den Kuchen gegeben, der Küchenhilfe oder sowas das ist. Ja, dann nehmen wir uns mal den kaputten Eimer hier. Gut. Gehen wir gleich mal ins Wimmbildspiel oder machen wir die Tür auf. Wir gehen ins Wimmbildspiel. So, Schmuckkästchen, Schmetterling, Gussform. Ach, die ist da. Ich würde gerade sagen, hä? Das ist aber eine Libelle. Ein Würfel, eine Brille, eine Brille, eine Brille, eine Brille. Wo ist jetzt der... Da ist die Brille. War noch was hier drin? Nein, ne? Ich sehe jetzt gerade nichts. Die andere können wir jetzt leider noch nicht drauf. Ah, ja. So können wir den Brief öffnen. Den Siegel drauf machen. Zack. Wollknäu, den habe ich da. Eine Münze. Sehe ich da. Einen Würfel habe ich da. Ein Ring sehe ich jetzt gerade nicht. Der wird bestimmt hier drin sein. Streichholz, Streichholz, Streichholz. War hier ein Streichholz drin? Nein. Ich habe ein Origami-Elefant eben gefunden. Obwohl ich gar nichts angeklickt habe. Hm. Ach da. Jetzt fällt der Schlüssel runter. Hä? Wie kommt ein Schlüssel in Spinnenweben? Und, ja. Sorry, ich war jetzt ein bisschen abgelenkt. Äh, irgendwas vibriert gerade an mir hin, die was nicht vibrieren sollte. Hä? Hä? Jetzt bräuchte ich nur noch Streichhölzer. Damals sehe ich die Streichhölzer hier nicht, oder was? Ach da. Oh. So, dann gehen wir mal in die Tür rein. Ich hoffe mal, wir kriegen nichts Böses da. Äh, ganz langsam. Ganz langsam auf. Ganz, ganz. Ach du Scheiße, was ist denn dat hier? Was war denn das gerade? Das alles riecht ja förmlich nach Hexerei. Nein. Oh Mann. Schade, dass ich das nicht per Video... Und der Vogel will hier auch mal ein bisschen hin und her machen. Und halt klar, lassen wir den Kleid mal raus hier. Ähm, da ist noch so eine Art Kiste. Ähm. Ähm. Ne, mehr können wir da gerade... Ich mach mir auch noch den Schild, wie ich sehe. Kann ich hier noch was machen? Nein. Hm. Ja, dann ist es so, dann... Gehen wir mal hier raus. Ähm. Kaputter Eimer. Gussform. Lappen. Hm. Ich glaube, ich weiß, wo ich jetzt hin muss noch. Muss noch mal hier, glaube ich, rein. Nein. Ah. Hm. Wo soll ich denn die Gussform hinpacken? Hä? Das zeigt mir hier irgendwas, dass ich hier was machen kann. Na, die Frage ist nur was. Oh, sowas mag ich ja absolut nicht. Ich hab einen Lappen. Ich hab eine Gussform für ein Schmetterling. Einen kaputten Eimer und einen Schöpfkeller. Schöpfkeller. Ich frag mich, was soll ich mit der Schöpfkelle machen? Sie ist beschäftigt. Sollte sie... Ich sollte weitergehen. Klar, dass man da weitergeht, wenn sie beschäftigt ist. Mann, ey. Das gibt's doch nicht. So. Der Vogel will mir nicht den kleinen Schild überlassen. Ich muss irgendwas aus dem Häuschen... Oh, ja. Ähm. Die Frage ist jetzt bloß... Ähm. Wie? Ich muss da irgendwas, glaube ich, finden. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, wo. Hm. Das ist ja jetzt etwas kompliziertes. Ich versuch mal einen Tipp. Kann ja nie schaden. Äh. Tja. Schlechter Einfall gewesen. Habe wenigstens etwas versucht hier. Hm. Ah, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Hm. Okay, ich weiß wo. Ich muss hier lang. Ach, hier auch nicht? Okay. Ich weiß wo. Ich weiß wo, wie es hier ist. Ja, ich weiß wo. Ja, ich weiß wo. Ja, aber. Okay. Ja, ich weiß wo. Ja. Ja. Ja, das kann mir ja auch mal passieren. So, ja, den Schmetterling mal verscheuchen Und mir mal das klebrige Zeug holen Genau Ach ja, da muss ich rin Ich wollte nach da drüben grad Hä? So, dann mal hier mal ein bisschen kleben Und jetzt mal gucken, was ich für eine Überraschung bekomme Gut, dass ihr meinen Blick grad nicht sehen könnt Ich glaub mal, ihr könnt euch denken, was da kommen würde Ja, gebt mir jetzt den Oh, super Meine Güte Wegen Wurmrennt, gibt er mir den erst Ja, aber Ach, ich muss ja nach oben Dann geht's mal direkt weiter Ich muss mal was gucken, kurz Bevor ich weitermache Irgendwie hier grad, dass ich halt Vibration bekomme Am Handy Und ich wollte das jetzt mal schnell So Ich muss so machen Den Schild Ich hab ihn noch richtig, oder? Ach Ja, so bewegen sich die Beine natürlich Ja, ich hab's geschafft Ich wollte grad sagen Das gibt's doch nicht Ähm Jetzt machen wir erst mal Das hier fällt Oh, jetzt hab ich verpasst Das, was ich wollte Hier Ähm So Den Arm mach ich mal so Nein So So Das Knie Muss nur Den Schild nicht treffen Hier So Ist doch richtig, oder? Ist doch richtig, oder? Ist irgendwas verpasst noch? Ach Ach Oh Dieser eine Das kann ich doch nicht sehen, ey Wie blöd, ey Aber Die Frage ist jetzt nur Wie geht's weiter Hm Ich muss nebenbei noch an mein Handy ran Mich schreiben hier immer so viele Leute an Gut, dass ich auf Stumm geschaltet Halt, ich hör die Vibration Ey Das geht gar nicht So Jetzt machen wir das Ja Malen wir die Kugeln, glaube ich, rein Jetzt gießen wir schön Oh Mann, wo ist die denn entlaufen? Haben sie irgendwo aus den 80ern wahrscheinlich verschwinden lassen So, jetzt Können wir ja weiter, wie ich weiß Den Schmetterling haben wir ja Jetzt können wir ins nächste Bereich vorstoßen Ähm Hm Leere Eimer Glas Och nö Was soll ich denn hier machen? Ich sollte die Enden finden, die durch ein Ranke verbunden sind Um sie auszuwählen Hm Ja Da hab ich die erste Ranke schon mal gefunden Nummero zwei müsste Ach, du heilige Neune Hä Hä Na Warte mal Das kann doch nicht wahr Das stimmt, ne Da hin, da hin Hm Wo geht denn der jetzt hin? Da hin Da hin, da hin, da hin, da hin, da hin Das wird aber ein langer Weg werden, ey Nein Boah, ist das ein langer Weg, ey Ach, ich bin durch? Äh Ich wollte sagen, das wären mehrere gewesen Aber Was ist das? Kommt hier irgendwas gleich runter, oder was? Scharfkantige Nussschale Oh Gott Sieht aus wie ein Donnerbuchse Aber es ist ein Feuerzeug Ohne Schießpulver ist jedes Jedoch unbrauchbar Das soll Feuerzeug sein? Oder hab ich das jetzt fast verstanden? Der Falle ist Die Falle ist verrostet Ich muss einen Handschuh Schützen, wenn ich sie Ja, nehm, nehm Hm Ähm Zerschneide das Spinnennetz So Ja, ich beendige dann erstmal die Aufnahme Und sag dann bis zum nächsten Mal Bei Hänsel und Geräte Ferry Tales Es geht's